immer wieder dasselbe kaum läuft fußball am wochenende was wird dann hier gemacht immer der haushalt nie schaffe ich es fußball zu gucken wegen dem haushalt ich will nie mehr will aber nicht mehr ich weiß deswegen will ich ja nicht mehr macht den haushalt niemals ordentlich und schon müsst ihr nicht mehr machen das ist ein top beratschlag dafür müsstest du eigentlich einkaufen gehen für mehr folgt mir das mit mann kaufen habt ihr jetzt nicht gehört aber das kann ich auch nicht so gut mache ich auch mal alles falsch ja folgt mir für mehr ratschläge